Hallo Fußballfreunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit FIFA 90 Karriere. Jetzt haben wir ja zwei Spiele gewinnen können in der Fußball-Bundesliga. Und heute geht es weiter. Wir spielen zum einen gegen Freiburg in der Bundesliga. Da sind wir zu Gast. Da sollten eigentlich die nächsten drei Punkte her. Und dann Champions League gegen Juventus Turin. Ein hammerhartes Duell. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ja auch. Was aber noch ganz kurz zu sagen. Gebt das in dieses Video. Unterstützt wird von OneFootball in der Fußball-Bundesliga für dein Handy. Falls du dich noch nicht hast, schau mal gerne in der Videobeschreibung vorbei. Denn dort findest du direkt den Link zur App. Also FIFA 90 ist mal wieder angesagt auf dem Programm für heute. Zwei Spiele natürlich wieder. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben ja wirklich zuletzt gut gespielt. Wir haben auch wieder endlich Spiele gewinnen können, auch wenn es knapp war. Was aber wirklich unser Problem ist, dass wir 90 Minuten richtig stark spielen. Bislang wirklich auch die konflikte Saison. 80 Minuten ist es exzellent. Danach sackte es schon ordentlich ab. Und da hatten wir jetzt in den letzten beiden Partien Glück, dass wir trotzdem gewinnen konnten. Davor hatten wir aber eben auch Spiele, wo wir dann eben auch Punkte liegen gelassen haben. Und deswegen heute bin ich sehr gespannt gegen Freiburg. Aber normalerweise müssen wir es wirklich packen. Natürlich müssen wir auch heute wieder ein bisschen rotieren. Denn, wie gesagt, es ist englische Woche angesagt. Wir spielen Champions League gegen Juve. Und da brauchen wir einfach alle unsere Top-Spieler. Deswegen heute auf jeden Fall Rotation. Also ich würde sagen, Stambouli und Sané packen wir rein in die Verteidigung. Nasser Dich bleibt erstmal drin. Da würde ich sagen, nehmen wir dann noch, wie wir es schon zuletzt auch gemacht haben, Todibo mal mit auf die Bank, dass der dann vielleicht eine Chance bekommen wird. Dann auf der sechster Position heute Oma Mascarell rechtswürdig. Heute mal gerne Steven Skripski. Von Anfang an sind im Real Life an am Wochenende seine ersten beiden Tore erzieht für Schalke. Ich feile den Typen einfach nun heute bei uns auch in der Startelf links. Nicht. Hamshar Mendil. Der spielt aktuell einfach nicht, weil Alessandro Schöpf mir auf der linken Seite so gut gefallen hat. Deswegen auch heute mal wieder Alessandro Schöpf. Dann auf den Achterpositionen Harit und Uth. Ich würde sagen, das passt eigentlich relativ gut. Auch wenn mir Zierich da zuletzt sehr gut gefallen hat. Auch McKennie war sehr, sehr stark. Heute aber eben Harit und Marc Uth. Und vorne würde ich sagen, gönnen wir Memphis Depay mal eine Pause. Und wir bringen einfach mal wieder Neres in die Partie hinein. Ich stelle den Bolo nach links. Genau das wollten wir nicht. So, den Bolo stellen wir nach links. Dann könnten wir auf der Bank vielleicht auch noch mal ein bisschen umstellen. Mendil einfach mal mitnehmen. Ein bisschen noch notieren, dass wir wissen, wen wir haben. Reze würde ich einfach mal mitnehmen für Guido Burgstaller. Fabian Reze. Und dann vielleicht noch Mitchell, unser Talent für die zentrale Position. Und dann können wir auch schon in die Partie hineingehen. Und hier sind wir also in Freiburg mit dem FC Schalke 04. Und man kennt es ja wirklich aus dem echten Leben. Auswärtsspiele in Freiburg sind nicht einfach. Es sind meist gegen Schalke, also von Schalke gegen Freiburg, wirklich sehr, sehr enge und vor allen Dingen auch sehr, sehr schwierige Partien. Ich bin mal sehr gespannt, wie wir das heute hier angehen werden. Ob wir es packen werden. David Neres bekommt auch also mal endlich mal wieder eine Chance seit langem. Und ich würde sagen, wir gehen in die Partie hinein. Freiburg hat Anstoß. Das Spiel läuft. Na, es ist jetzt Schöpf. Alessandro Schöpf macht das sehr gut. Ganz oben lauert Steven Skripsi. Und der Bolo ist auch da. Und Flecken mit der ersten Parade. Abschluss. Fermanor. Sehr riskant. Dembélé, Dembélé. Das gilt es doch nicht. Freiburg geht in Führung mit 1 zu 0. Und ja, es war mein Fehler. Klare Sache. Ich wollte das Spiel kurz aufbauen, schnell aufbauen mit einem kurzen Pass auf Nasser. Der geht aber dem Ball auch nicht so richtig entgegen. Und dann Dembélé macht es sehr stark gegen Sané. Kein gutes Stellungsspiel von uns. Und dann geht Freiburg 1 zu 0 in Führung. Und wir stehen hier direkt mal vor einer enormen Aufgabe. Mascarell raus auf Farid. Und der schick massiven Skripsi. Neres mit einem guten Pass. Und da ist der Ausgleich. Und das ging sehr schnell. Amina Ried mit dem 1 zu 1. Und das ist sehr, sehr wichtig. Klasse von Skripsi. Der Neres. Super Vorwärts. Und Nari trifft ihn natürlich optimal. Eigentlich trifft er ihn gar nicht so gut. Weil er nicht, ja, wirklich viel Bums hinterher bekommt. Aber dadurch extreme Präzision. Flecken ohne Chance. Und wir somit mit dem 1 zu 1 Ausgleich. Und wie gesagt, das geht auf jeden Fall in Ordnung. Und so kann es natürlich jetzt gerne weitergehen. Also noch vor der Pause rausgelichen. Das ist sehr wichtig. Dass wir eben dann in die zweite Hälfte gehen können. Mit, ja, vielleicht einer Ausgangsposition. Wie wir sie am Anfang gerne gehabt hätten. Und das ist gut gespielt. Mascarell nimmt Mbolo mit. Klasse gespielt. Brele Mbolo. Brele Mbolo. Aber immer noch Eis. Und Schöpf. Warum denn nicht? Und nun ist hier also Pause. Also 1 zu 1 in Freiburg. Ja, ist natürlich schon ein Ticken zu wenig. Wir wollen hier mehr. Ich würde sagen, wir wechseln nun auch mal aus. Bringen Suat, Serdar in die Partie. Und vielleicht auch Todibo für Nassazic. Und dann können wir auch schon in die zweite Hälfte gehen. Wir haben Anstoß. Weiter geht es hier. Natürlich mit dem klaren Ziel. Das Ding zu gewinnen. Suat, Serdar. Mbolo. Und da ist wieder Aminarit. Aminarit. Und Serdar. Ah, Pfosten und Neres. Vorbei am Tor. Mbolo. Das ist gut gespielt. Skrebski. Oh, klasse gesehen. Und da ist Harit. Harit nochmal in die Mitte. Ah, hat man eigentlich schießen müssen. Aber der Winkel war auch nicht so gut. Und Suat, Serdar. Mascarell, Serdar. Der sehr auffällig ist bis hierhin. Nach seiner Einwechslung und Ecke gibt es. Wir sind hier dran. Alessandro Schöf bringt ihn hinein. Und der kommt gut. Mbolo. Oh. Gute Chance. Nochmal Rave schickt da Nils Petersen auf die Reise. Der gegen Salif. Sané, der das gut verteidigt. Trotzdem Freiburg noch im Ball besitzt. Und die Chance. Und wir haben Glück. Dicke Chance. Und auch das ist gut gespielt. Todiboh haut sich da rein. Gut gemacht. Und wieder Suat, Serdar. Harit. Steven Skrebski. Hat jetzt mal Raum vor sich. Steven Skrebski. Und ganz oben kommt Mbolo. Oder Neres. Neres. Und Petersen und Sané. Das war sehr wichtig. Und leitet so vielleicht auch eine Umschaltchance. Ein Mbolo. Wenn er dem besser spielt. Dann ist Neres durch. Ärgerlich. Sané verliert da den Zweikampf. Moment nochmal Freiburg. Aber Serdar. Der haut sich hier in jeden Schuss rein. Mascarell. Kriegt er den? Leider nicht. Und da ist der Abfallfall. Also 1 zu 1. Ja. Ist eigentlich ein Ticken zu wenig. Für ein Spiel gegen Freiburg. Das ist klar. Vor allem wenn wir auf die Schüsse gucken. Freiburg ein Einzelner aufs Tor. Das war noch ein individueller Fehler von mir. Ja. Hätten wir eigentlich einen Sieg holen müssen. Trotzdem. So bleibt es natürlich auch weiterhin sehr sehr spannend. Und nun Champions League. Und zwar gegen Juventus Turin. Die komplett überraschenderweise das erste Ding verloren haben. Gegen Celtic. Wir haben gewonnen gegen Benfica. Und heute könnten wir ein ordentliches Aussufezeichen setzen. Wenn wir das packen würden. Also Juve in Schwarz und Weiß mit. Höchstwahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. CR7. Ich würde sagen in Blau und Grün. Das sollte doch mehr als gut passen. Gucken wir mal ganz kurz rein. Wen wir heute das Vertrauen schenken. Also Verteidigung steht auf jeden Fall mit Delecht. Naldo und Nassasic. Auch Matthias Delecht hat sich ja sehr stark verbessert. Sebastian Rudi auf der 6. Position. Rechts Caligiuri. Links Max. Das ist klar. Vorne Guido Burgschler hat mir zuletzt wieder einen Ticken besser gefallen. Und jetzt ist die große Frage. Wem vertrauen wir auf den beiden 8. Positionen? Serdatz hat ja seine Einwechslung gut gemacht. Würde ich aber eher als Joker behalten. Harit war wirklich gut. Den würde ich drin lassen. Bringt auch Tempo mit. Marc Uth war nicht ganz so stark. Deswegen würde ich den rausnehmen. Da bringen wir Hakim Zierich. Der hat natürlich auch nochmal deutlich mehr internationale Erfahrung. Auch wenn er auch noch ein Ticken jünger ist. Aber trotzdem hat schon ein paar Spiele absolviert. In der Königsklasse und auf der Bank. Ja, müssen wir eigentlich gar nicht so viel ändern. Das passt auch. Und dann können wir in die Partie hineingehen. Und hier sind wir also. In Turin. Juventus gegen Schalke. Eigentlich erwartet man das als Duell des erstplatzierten gegen vielleicht zweiten, dritten Platz. Es ist aber das Duell des vierten gegen des ersten. Klar, nach einem Spieltag noch nicht ganz so aussagekräftig. Trotzdem aber schon ein Zeichen, dass wir vielleicht auch wirklich eine gute Chance haben, was mitzunehmen. Gegen Celtic hat Juve gepatzt. Wir gegen Benfica eine wirklich gute Partie absolvieren. Hier haben wir natürlich Cristiano Ronaldo. Ich weiß nicht, ob er durchs Zentrum kommen wird. Aber die linke Seite, ich tippe mal, dass er durchs Zentrum kommt. Da hat also Naldo heute eine zentrale Aufgabe erwischt. Die er sicherlich aber auch gut meistern kann. Wenn die Champions League kümmern kann, kann ich leider aufgrund des Urheberrechts nicht zeigen. Das ist immer wieder schade. Aber trotzdem, Champions League ist angesagt. Juventus gegen Schalke. Juvert Anstoß. Das Spiel läuft hier so mit. Und Piazza, kennen wir ja noch. Hat ja ein halbes Jahr bei Schalke 04 verbracht in der Saison 17, 18. Konnte nicht endgültig überzeugen. Vielleicht, oder besser heute nicht. Ronaldo gegen Naldo. Klasse Tackling. Genauso müssen wir es machen. Gar nicht erst in Bedrohung gekommen. Guido Burgstaller kriegt hier durch den Pai. Zierich kommt mit. Gut gespielt. Hakim Zierich. Holt den Eckball raus. Gut gemacht. Und Ecken. Ja, können wir ja. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal flach mit Wumms. Auch das kann erfolgreich sein. Gut, so natürlich nicht. Und Rudi, gutes Gegenpressing. Auch wenn Juve trotzdem im Ballbesitz bleibt. Aber auch hier wieder. Oh, Mathieu D. Kriegt den noch so gerade weg. Und Ronaldo, ja, sicherlich für mich der beste Kopfballspieler, den wir, ja, wirklich haben. Da ist es natürlich sehr, sehr schwer. Vielleicht hat Naldo eine Chance dagegen zu halten. Nastasic eher nicht. Hakim Zierich. Gut gespielt. Da gibt Depay. Memphis Depay. Flanke kommt. Burgstaller. Und da ist Amin Arid. Und da ist der erste Schuss von uns. Und wenn der nicht abgeblockt wird, dann wird es sehr gefährlich. Ziehe ich. Burgstaller. Arid läuft ein. Burgstaller nochmal. Und Caligiuri haut den einfach mal drauf. Und nochmal Caligiuri gegen Fabian Delph. Der kriegt die Kugel. Der ist mal hinten raus. Piazza. Paolo Dybala. Auch der natürlich ein Schlüsselspieler. In Juves Offensive. Auch den müssen wir aus der Partie herausnehmen. Douglas Costa und Philipp Max. Klasse. Und Rudi. Hat Bonucci. Sehr gut aufgepasst. Piazza. Auf Cristiano Ronaldo. Der gegen zwei. Ronaldo. Naldo zur Stelle. Und somit Eckball für Juve Dybala. Bringt den Lange hier ein. Und Ronaldo. Ah, da passt die Zuordnung nicht. Naldo geht nicht in sondern Arid. Und Zierich. Und rechts ist ganz viel Platz für Caligiuri. Zierich spielt den langen Pass. Caligiuri gegen Dybala. Caligiuri setzt sich durch. Und Rudi. Nimmt Philipp Max mit. Das ist sehr gut gespielt. Max. Burgstaller. Tor für Schalke. Guido. Burgstaller. 38. Minute. Und wir gehen in Führung. Und das geht auch durchaus in Ordnung. Wir waren nicht gut mit dabei. Und das war dann klasse ausgespielt. Arid. Rudi. Auf Philipp Max. Super Reingabe. Und Burgstaller. Klar. Da lässt er sich nicht zweimal bitten. Macht er. Ohne die größeren Probleme rein. Und somit die Führung für uns. Gegen Juventus. Turin. Und nochmal Max. Sebastian Rudi. Der hat ja einen guten Schuss. Arid. Burgstaller. Ah, gute Idee. Und wir bleiben im Ballbesitz. Mit Rudi. Philipp Max. Und nochmal Sebastian Rudi. Sebastian Rudi. Eckball gibt's. Rudi bringt den gut hinein. Delecht. Oha. Dicke Chance. Matthias Delecht. Fast das 2-0. Klasse Eckball. Und Delecht setzt sich durch. Ja. Caligiuri war's glaube ich. Der hätte euch da noch wegdruckt. Hätte dann theoretisch auch noch reinmachen können. Sehr, sehr gute Chance. So nochmal ein kleines Ausrufezeichen von uns hier kurz vor der Pause. Und Pause ist hier nun also. 1 zu 0. Die verdiente Führung für uns. Und so kann es natürlich gerne weiter. Wir gucken mal ganz kurz wie es im Parallelspiel steht. Gut, das wurde noch gar nicht angefiffen. Wir haben das frühe Spiel erwischt. So. Wechseln wir. Das ist die Frage. Amina Ried ist relativ platt. Und ich würde sagen, jetzt ist auch eine gute Zeit für einen Westen McKennie. Ich wollte gerade eigentlich ja Serdar bringen. Aber eigentlich McKennie bringt nochmal ein bisschen mehr Spritzigkeit mit ein bisschen mehr Beweglichkeit. Den könnten wir jetzt glaube ich ganz gut vertragen. Und dann gehen wir in die zweite Hälfte hinein. Wir haben Anstoß. Weiter geht es. Und Burgschaller sehr gut gemacht. Hakim Zierich kommt mit. Hakim Zierich kommt mit. Und hat die dicke Chance. 47. Minute. Da muss eigentlich fast das 2-0. Hakim Zierich. Na, verzieht den ein bisschen. Dicke Chance für uns. Kucke. Paolo Dybala. Marco Piazza Caligiuri. Hau den raus da. Tun wir. Und Burgschaller. Ein Ticken zu optimistisch. Piqué. Den Juve auch hat. Ist hier zur Stelle. Ronaldo. Paolo Dybala. Kucke. Doch der. Ein exzellenter Mittelfeldspieler. Der Spanier. Und Ronaldo. 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 Sehr gut abgewartet von uns. Und somit haben wir die Kugel. Nun mit McKennie. Und Caligiuri hat sehr, sehr viel Platz auf der rechten Seite. Geh ohne Gegenspieler. Daniel. Caligiuri. Depay. 2-0 Schalke. Memphis. Depay. Wir kontern Juve eiskalt aus. Und am Ende der Niederländer. Mit dem 2-0. Harte Pfiffe von den Rängen. Aber es geht in Ordnung. Wir machen hier eine klasse Partie. Super rausgespielt. Caligiuri. Ohne Gegenspieler. Sehr viel Platz. Chessi kann auch halten. Und dann ist Memphis Depay zur Stelle. Und macht das 2-0 für uns. Nach 60 Minuten. Also es sieht ganz gut aus. Wenn wir hier so weitermachen. Douglas Costa. Den wir bislang auch wirklich gut aus der Partie hinaus nehmen. Ansonsten ist es oftmals so. Man konzentriert sich auf die Baller. Auf Ronaldo. Und andere Spieler. Die eben auch stark sind. Wie ein Costa. Lässt man außer Acht. Hier auch wieder gutes Technik von Naldo. Gegen Ronaldo. Und dann die Baller. Mal mit einem Versuch. Aber Fährmann. Und Hakim Ziyech. Schickt dann nochmal Memphis Depay. Aber Piqué. Ist ja leider zur Stelle. Nochmal Semih, Khedira, Ronaldo. Ohne jegliche Torgefahr. Aber das ist sehr gut gespielt. Und Fährmann. Klasse Parade. Und ich würde sagen, wir gucken nochmal ganz kurz, ob wir nochmal wechseln. Denn wir haben hier auch ein paar platte Spieler. Also ich würde sagen, wir bringen Serdar. Der sehr, sehr zweikampfstark ist für Rudi. Auch wenn er eigentlich ein Achter ist. Und ansonsten, ja, vielleicht nochmal Marc Uth für Hakim Ziyech. Uth hat ja in der ersten Partie gegen Benfica das 1-0 erzielt. Also zwei Wechsel bei uns. Auch Juve Wechsel. Bernadeschi kommt für Piazza. Und bei uns eben Marc Uth für Hakim Ziyech. Gute Partie. Nicht mehr, nicht weniger. Und Serdar für Rudi. Der auf jeden Fall mit einer starken Partie. Und eigentlich kann hier nichts mehr anbrennen. Wir führen hier 2-0. Wir sind nur noch wenige Minuten zu gehen. Das sollte der nächste Sieg für uns sein. Und ich denke mal, das ist schon, ja, durchaus eine kleine Überraschung. Soweit würde ich schon gehen. Klares Foul hier von Cancelo war es, glaube ich. Jo, und Gelb ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Und somit Freistoß für uns. Da suchen wir natürlich Naldo. Der auch schon, ja, da in Stellung läuft. Caligiuri bringt den. Ein Ticken zu lang. Und nochmal Cristiano Ronaldo. Und wir wollen es nicht glauben. Oder wir können es nicht glauben. Aber Juve nach zwei Spieltagen mit 0 Punkten. Und Ronaldo bis hierhin ohne einen einzigen Torabschluss. Und Burgstaller, ah, schade. Khedira sehr stark. Und Bernadeschi nochmal auf Ronaldo. Gut. Jetzt wird es natürlich schwierig vom Tempo. Naldo. Wow. Klasse Tackling. Gegen CR7 ohne Furcht. Natürlich. So kennen wir ihn. Naldo. Und da ist der Abpfiff. Und wir schlagen Juventus Turin in Turin. Mit 2 zu 0. Eine extrem starke Partie. Sehr, sehr abgeklärt gemacht. Defensiv. Hat die Juve in dem zweiten Durchgang. 2-3 wirklich gefährliche Abschlüsse. Da war Färmer zur Stelle. Ansonsten haben wir es richtig gut gemacht. 2 zu 0. Sie geht vollkommen in Ordnung. Und somit zwei Spieltage absolviert in der Champions League. Zwei Siege Goal. Sechs Punkte. Und somit natürlich stehen wir auf Rang 1. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. In der nächsten Folge geht es weiter mit zwei Bundessiegerspielen. Zum einen gegen Hertha BSC. Da soll natürlich nach diesem Unentschieden gegen Freiburg auf jeden Fall der Sieg her. Und dann noch zu Gast in Hoffenheim. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Vielleicht die nächsten beiden Siege. Wäre auf jeden Fall wichtig. Ich würde sagen, in dem Sinne sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder.